Er probiert, über alles da durchzukommen. Er hängt fest. Er sieht aus wie bei Elgin City, oder? Ja, jetzt skippt er. Dachte ich auch, aber dann fährt er vorbei. Das ist gruselig. Das ist gruselig, wa? Die Dinger sind gruselig, wa? Das ist bestimmt so eine Uhrzeit, was uns überlebt hat. Also, was aus der Uhrzeit kommt, wa? Ja. Was hast du gefunden? Ist ja schon vorbei. Scheiße, das geht.